Sven Sentler, zweiter Sieg an diesem Wochenende, heute Abend gegen eine Mannschaft gegen Servet, die ihnen auch schon Mühe bereitet hat, aber auch schon die letzten zwölf Partien haben gewonnen können. War das ein Match wie immer gegen Genf? Es war ähnlich verlaufen, ja. Es war ein hartes Spiel, sie sind hergekommen. Aber ich hatte das Gefühl, wir waren gut vorbereitet, haben von Anfang an gut gekämpft und ich würde sagen, wir haben gewonnen. Ihre Linie war heute Abend auffällig, auch Sie sind rausgestochen, das erste Goal geschossen. Hat der Eindruck, dass Sie langsam in Fahrt kommen mit Ihrer Linie und Sie persönlich auch? Ja, ich hatte die letzten paar Spiele das Gefühl, ich spiele ein bisschen besser wieder. Das ist auch wichtig für mich und jetzt auch eine gute Linie mit Nolan und Lamy. Heute ist es speziell gut gelaufen, wir konnten noch ein, zwei Goals schiessen, aber vielleicht kommen wir das nächste Mal. Wieso läuft es besser bei Ihnen persönlich? Schwierige Frage, manchmal hat man einfach so einen Knopf und es funktioniert nicht viel. Aber ich versuche immer weiter zu gehen, immer gut zu trainieren und jetzt bin ich froh, dass es besser läuft. Gratuliere nochmals. Merci, danke.